Wir reden noch mit unseren Kindern, als ob wir am Anfang des Industriegesellschafts waren. Das Wichtigste ist, du stehst rechtzeitig morgens auf, halt ein gutes Frühstück, weil sonst kannst du nicht lernen. Und dann gehst du hin und machst, was die Autoritäten sagen, komm direkt zu Hause, mach deine Hausaufgaben und geh rechtzeitig ins Bett. Und wenn du das schaffst, bist du glücklich. Das sagen wir. Und wir lügen. Wir wissen alle, das ist nicht so. Es ist nicht, überhaupt nicht so.